Folge 187 Tabuthem Nacktheit und Sexualität in Deutschland Hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer und liebe Freundinnen von 14 Minuten. Ist euch schon mal Folgendes passiert? Ihr wart in Deutschland und ihr seid in die Sauna gegangen und hattet euch eure Badehose angezogen und dann seid ihr in die Sauna gegangen und ihr wart ganz überrascht, weil dort überall nackte Leute saßen? Das ist jedenfalls schon einigen Ausländern in Deutschland passiert, die mit der deutschen Kultur in der Frage der Nacktheit nicht so sehr vertraut waren. Ja, sie sind mit Badehose oder mit Bikini in die Sauna gegangen und sie wussten nicht, dass es in 90% der Saunen in Deutschland üblich ist, dass man dort splitternackt sitzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, mal eine Folge zu machen über Nacktheit und Sexualität in Deutschland, weil Deutschland eben in der Frage der Nacktheit und der Sexualität sehr offen ist und es gut für Leute aus dem Ausland ist, sich darüber zu informieren. Viel Spaß also! Deutschland ist in der Frage der Nacktheit und der Sexualität ein sehr offenes Land und es gibt viele Situationen, in denen die Deutschen gerne nackt sind, die überhaupt nichts mit Sex im Sinne von Geschlechtsverkehr zu tun haben. Zum Beispiel hat Patrick vor einiger Zeit eine Folge bei 14 Minuten aufgenommen und in dieser Folge ging es um FKK, also um Freikörperkultur und zwar bedeutet das, dass es in Deutschland üblich ist, nackt zu baden. Also es gibt bestimmte Strände in Deutschland und dort kann man einfach nackt baden, aber in Deutschland ist es auch üblich, dass man auch an ganz normalen Stränden einfach nackt baden kann, zum Beispiel an Seen oder auch am Meer. Das ist nicht verboten und das kann man ruhig machen, solange es andere Leute nicht stört und solange nicht so viele Leute am Strand sind. Aber daneben gibt es auch andere Situationen, in denen die Deutschen gerne nackt sind und die mit Sex und Geschlechtsverkehr erstmal gar nichts zu tun haben. Ich habe es zu Beginn dieser Folge schon erwähnt, In den deutschen Saunen ist es üblich, dass man nackt in die Sauna geht. Man nimmt einfach ein Handtuch mit, aber wenn man in der Sauna ist, dann legt man das Handtuch auf die Bank und dann legt man sich nackt auf das Handtuch oder man setzt sich nackt auf das Handtuch. Und das ist dann immer ganz lustig, weil dann ganz viele fremde Leute nackt zusammen in so einer kleinen Kabine sitzen und zusammenschwitzen. Es gibt auch einige Textilsaunen, aber die Textilsaunen sind in Deutschland eher verpönt. Also Leute, die mit Badehose in so eine Textilsauna gehen, die werden gerne als Prüde bezeichnet, weil sie sich nicht nackt zeigen wollen. Ich persönlich gehe übrigens auch gerne in die Sauna und natürlich gehe ich immer in die Saunen, wo man nackt in die Sauna geht, weil ich das ganz wichtig finde für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass ab und zu ganz viele Leute nackt in so einer kleinen Kabine sitzen und sich zeigen, egal ob man dick ist, egal ob man dünn ist, es trägt zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn dann Leute aus dem Ausland nach Deutschland kommen und in die Sauna gehen und dort alle nackt sitzen, aber noch seltsamer ist es, wenn Deutsche nach Frankreich fahren und dann nackt in die Sauna gehen und dort alle mit Klamotten sitzen, also mit Badehose oder Bikini. Aber nicht nur in der Frage der Nacktheit, auch in der Frage der Sexualität sind die Deutschen sehr offen. Beispielsweise können Homosexuelle, also Lesben und Schwule, in Deutschland heiraten und die Homo-Ehe wird auch von einem Großteil der Gesellschaft positiv gesehen und befürwortet und Kinder adoptieren dürfen Schwule und Lesben in Deutschland auch. In Deutschland ist es ab 14 Jahren erlaubt, Sex zu haben, also Geschlechtsverkehr zu haben, aber es gilt ein besonderer Schutz für Menschen, die unter 18 sind. Und die meisten Deutschen haben im Alter von 17 Jahren ihren ersten Geschlechtsverkehr. Also 17 Jahre, das ist das Durchschnittsalter für Geschlechtsverkehr in Deutschland. Außerdem ist Pornografie in Deutschland erlaubt, also Pornofilme sind nicht verboten, sondern sie sind legal, man kann sie sich legal ansehen. Wichtig ist nur, dass die Personen in diesen Filmen älter als 18 Jahre alt sind, also dass es keine Minderjährigen sind, denn Jugendpornografie ist in Deutschland selbstverständlich verboten. Außerdem gehört Deutschland zu den Ländern, in denen Prostitution erlaubt ist, also Sexarbeit ist in Deutschland nur ein moralisches Problem, ein gesellschaftliches Problem, aber Sexarbeit ist nicht verboten und es gibt eine starke Diskussion darüber, ob man Sexarbeit jetzt als normale Arbeit betrachten soll und Sexarbeiterinnen einfach in die Rentenkasse einzahlen sollen und ganz normal ihren Beruf anmelden sollen oder ob man Sexarbeit vielleicht wieder für die Freier, also für die Männer, die Sexarbeit kaufen, illegal machen soll. Da gibt es in Deutschland eine sehr starke Diskussion. Im Moment ist Sexarbeit aber legal, sowohl für Frauen und Männer, die Sexarbeit machen, als auch für Personen, die Sexarbeit kaufen wollen. Kommen wir jetzt aber zu einer sehr wichtigen Frage, wie rede ich auf Deutsch über das Thema Sex? Und da ist es wichtig, zwischen drei Typen von Begriffen zu unterscheiden, nämlich einmal zwischen Begriffen, die angemessen sind, dann Begriffe, die dreckig sind oder unanständig sind und Begriffe, die rentnerhaft sind. Also es gibt Begriffe, die man in jeder Situation gut benutzen kann über Sex, das sind die Begriffe, die angemessen sind. Dreckige Begriffe sollte man nur benutzen, wenn man mit Kumpels spricht oder wenn man mit seiner Partnerin oder seinem Partner dreckigen Sex haben will. Und rentnerhafte Begriffe sollte man eigentlich gar nicht benutzen, es sei denn, man ist über 70 Jahre alt. Kommen wir zunächst zu den angemessenen Begriffen. Und da kann man zum Beispiel sagen, Sex haben oder miteinander schlafen. Also, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt und sie sagt zu euch, ich möchte gerne mit dir schlafen, dann meint das nicht, dass ihr ins Bett geht und euch ins Bett legt und dann einschlaft, sondern das bedeutet, dass eure Partnerin oder euer Partner Sex mit euch haben will. Dann gibt es noch das sehr schöne Begriffspaar Liebe machen. Das finde ich auch sehr schön und das kann man auch benutzen, das hat so etwas Romantisches. Oder man kann manchmal auch einfach sagen, sich lieben. Das ist auch ein Ersatzwort für Geschlechtsverkehr. Also, wenn wir sagen, die beiden lieben sich im Wald, dann kann das meinen, dass sie Sex im Wald haben. Natürlich gibt es aber auch jede Menge Begriffe, die dreckig sind. Und diese Begriffe solltet ihr auch kennen. Ihr solltet sie vielleicht nicht verwenden, aber ihr solltet diese Begriffe verstehen. Und das sind Begriffe wie Ficken, Bumsen oder Poppen. Also lustig klingende Begriffe, die aber nicht in jeder Situation benutzt werden sollten, sondern nur in dreckigen Situationen. Und dann gibt es rentnerhafte Begriffe. Männer über 70 sagen beispielsweise gerne schnattern. Das ist auch ein dreckiger Begriff, aber er ist zugleich rentnerhaft und junge Männer benutzen ihn nicht. Und dann gibt es den rentnerhaften Begriff Liebesspiel. Das hat meine Oma immer gerne gesagt. Meine Oma ist über 80 Jahre alt und einmal, da hat sie eine Zeitung gelesen und in dieser Zeitung gab es erotische Fotos und da hat meine Oma gesagt, oje, das sind ja Liebesspiele. Und das ist ein Begriff, der typisch ist für alte Leute über 80, dass sie Sex als Liebesspiel bezeichnen. Und wenn ihr das alles jetzt sehr schamvoll findet, was ich sage, und wenn ihr euch schämt und rot werdet, dann würde man als Deutscher zu euch sagen, dass ihr prüde seid. Ihr wisst ja, Deutschland ist ein sehr offenes Land in der Frage der Sexualität. Und es gibt ein Schimpfwort für Menschen, die sehr schnell schamvoll werden, wenn sie von Sex oder Geschlechtsverkehr hören. Und dieses Wort ist prüde. Das Wort prüde wird auch benutzt, wenn Menschen verklemmt sind in Bezug auf die Nacktheit. Also, wenn ihr euch nicht traut, nackt in die Sauna zu gehen, dann könnte man auch sagen, ihr seid prüde. Oder wenn ihr euch nicht traut, nackt zum FKK-Strand zu gehen und nackt im Meer zu baden, könnte man auch sagen, ihr seid prüde. Oder wenn ihr euch nicht traut, diese Folge bis zum Schluss zu hören über Sex und Nacktheit in Deutschland, dann könnte ich sagen, ihr seid prüde. Und das drückt auch vieles über die Kultur in Deutschland aus, finde ich, wenn es kein Schimpfwort dafür gibt, wenn man zu sexuell ist, aber wenn es ein Schimpfwort gibt für Personen, die zu schamvoll sind, wenn es um Nacktheit oder um Geschlechtsverkehr geht. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge über Tabuthemen in Deutschland und ich hoffe, ihr konntet einiges lernen über Nacktheit und Sex, Sexualität in Deutschland und über Begriffe, die wichtig sind, wenn wir über Nacktheit und Sexualität sprechen wollen. Diese Begriffe finden sich zumeist nicht in den Lernbüchern und deshalb ist es wichtig, sie zu kennen und zu wissen. Dies war der erste Teil einer Reihe, die ich machen werde über Tabuthemen und wie man auf Deutsch über Tabuthemen spricht. Und in Kürze werden dann weitere Folgen mit weiteren Tabuthemen folgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Wenn ihr uns beispielsweise auf Patreon folgt, dann könnt ihr auch ganz tolle Bonus-Episoden gratis anschauen. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify, YouTube oder Apple unterstützen. Und damit wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und sage Tschüss! Bis zum nächsten Mal!